Ab 40 wird die Pubertät quasi rückabgewickelt. Sexualhormone verschwinden, die Muskulatur erschlafft. Und dann fallen dir die Schamhaare aus. Aber was ist das denn? Da waren wir verkleidet. Als Kumitiere? Wir waren eben auch mal jung und hatten wilde Zeiten. Wir waren so wild. Das war immer noch theoretisch. Letztes Wochenende war ich kurz davor Marmelade einzukochen, damit mal überhaupt irgendwas passiert. Ihr seid doch mein Traumpaar. Wie oft schlaft ihr miteinander? In diesem Jahr oder was? In der Woche. In der Wo- Das ist schwer zu sagen, das kommt ja ganz offen an. Auf was denn? Ich glaube ich in der Woche Geburtstag hab. Risiko? Mein Mann ist nur 800 Kilometer gefahren, nur mit mir zu schlafen. Und jetzt ist mir schon die andere Seite des Bettes zu weit. Ich hatte gestern Nacht etwas mit einem anderen Mann. Wie etwas? Sex. Auf dem Spieleabend? Nein. Also, wir wollen eine Pause machen. Ihr wollt euch scheiden lassen? Nein, es ist eine Pause, eine Phase. Ihr seid so scheiße. Tschüss Papa! War ne super Idee, fand ihr mit der Pause? Das sind meine Kinder. Und sie sind denn neuer Zivi meiner Mutter? Ihr seid jetzt beide frei! Ihr solltet das feiern! Feiern? Guckt euch doch mal an! Übergewichtige Mumie mit bunten Brillen und Turnschuhen! Wir sollten uns unbedingt mal auf ein Elterngespräch treffen! Wenn du erstmal ne neue hast, dann kriegst du Emilia sowieso zurück. Frauen sind Konkurrenzficker! Das ist meine Frau! Dann zeig ihr das! Papa? Hm? Lisa? Wenn ältere Menschen alleine vom Computer sitzen, masturbieren sie! Machst du das?